Oh weh, was ist das für ein Wicht? Schämt denn der Jammerkerl sich nicht? Er geht nach rechts, er geht nach links, macht ein Gesicht wie eine Sphinx und kann sich nicht entschließen. Es zieht ihn wohl zur Linken hin, jedoch bedrückt es seinen Sinn, dass ihm die Rechte tödlich kram, so wendet er voll Angst und Scham und baumelt hin zur Rechten. Doch ist er dort, so fällt's ihm bei, dass doch sein Platz die Linke sei. Doch macht er wieder schleunigst, kehrt, denn sein Gewissen ist beschwert und baumelt hin zur Linken. So schwankt er hin, so schwankt er her und macht sich selbst das Leben schwer. Er geht nach rechts, er geht nach links, macht ein Gesicht wie eine Sphinx und kann sich nicht entschließen.